Herzlich willkommen bei BFC TV. Das nächste Heimspiel steht auf dem Programm. Diesmal der Gegner der FSV Union Fürstenwalde. Und was liegt da näher, als den Neuzugang genau von diesem Klub vorzustellen? Daryl Goertz. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich. Daryl, FSV Union Fürstenwalde, in diesem Jahr nicht so stark wie sonst. Liegt es am Abgang von Matthias Maucksch als Trainer? Ja, natürlich kann man das so behaupten. Ich finde, Maucksch hat immer einen richtig guten Job gemacht die letzten Jahre, wo er da war. Aber wie eigentlich in den Jahren auch zuvor sind halt immer viele Spieler gegangen, viele Spieler sind dazu neu gekommen und dann muss man halt immer eine neue Truppe zusammenstellen, sehen, dass sie gut zusammenspielt. Klar machen sie dieses Jahr nicht so einen guten Job. Aber ich denke, dass sie trotzdem am Ende des Tages den Klassenerhalt schaffen sollten. Matthias Maucksch steht ja eigentlich immer dafür, für defensiven Fußball hinten erstmal die Null sichern und nach vorne dann gucken, was so geht. Und ich sage mal viele Punkte dann natürlich auch zu Hause geholt. Was ist der Unterschied jetzt zu dem System, das du hier jetzt erlebst? Also auf alle Fälle ist es eine Umstellung zu dem, wie es sonst war. Hier haben wir halt viele klasse Spieler, die ihre Qualitäten haben. Fürstenwalde war ich meistens einer von wenigen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, defensiv war eigentlich immer die Prämisse gewesen bei Fürstenwalde. Hier sieht man, dass wir vorne anlaufen, den Gegner früh unter Druck setzen wollen. Das beinhaltet dann manchmal, wenn es nicht klappt, halt weitere Wege nach hinten. Aber ich denke, wie man auch in der Saison sieht, dass es eigentlich auch ganz gut klappt. Wie gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Aber letztendlich spricht der Erfolg ja für uns. Gegen Auerbach hast du jetzt zwei Tore geschossen. Ist das jetzt tatsächlich der Punkt, wo du das neue Spielsystem vom Trainer Christian Benbenek verinnerlicht hast? Nein, das ist jetzt nicht unbedingt. Klar freue ich mich, dass ich da zwei Tore gemacht habe. Aber ich denke, dass man von Spiel zu Spiel gesehen hat, dass ich das Spielsystem immer mehr verstehe, mehr probiere umzusetzen. Aber ja, wie gesagt, also die Tore waren jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Punkt für mich gewesen, wo ich sage, ja okay, jetzt wird jedes Spiel super laufen, alles ist prima. Aber ja, war natürlich toll. Ja, du bist inoffizieller Weltmeister im Fußballtennis gewesen. Wie ist es dazu gekommen? Das war zu der ersten Corona-Zeit gewesen, als die Saison abgebrochen wurde. Wie wahrscheinlich jeder Spieler sah sich ein bisschen zu Hause, hatte Langeweile und dann ist mir dieser Artikel ins Auge gefallen. Und dadurch, dass wir in Fürstenwalde jede Woche Fußballtennis gespielt haben, ich am liebsten mit Joshua Putze gespielt habe, habe ich ihm halt darauf geschrieben, ob er Lust hätte, da mitzuspielen. Letztendlich hatten wir eh nichts zu tun gehabt. Und ja, dazu ist es dann halt gekommen, haben uns da angemeldet und ja, glücklich gewonnen das Ding. Ja, spielt man da gegen namhafte Gegner oder ist das so quasi, jeder macht mit, der Spaß daran hat? Also es war auf alle Fälle so, dass jeder mitmachen konnte, der wollte. Ich glaube, dadurch, dass es das erste inoffizielle Fußballtennis für mich war, hat es sich noch nicht so rumgesprochen. Deswegen waren nicht so hochkarätige Gegner überhaupt dabei gewesen. Aber wie wir zum Beispiel im Halbfinale haben wir gegen Torsten Matuschka gespielt und Benjamin Köhler oder halt auch in der ersten K.O.-Runde gegen Gabuschewski, der halt hier mal gespielt hat, und Nico Hinz, der hier auch bekannt sein sollte. Und ja, ich glaube aber letztes Jahr waren halt auch wieder mehr Regionalligaspieler dabei gewesen. Also ich denke, das wird die Jahre dann immer mehr an Aufmerksamkeit bekommen. Wird es da eine Neuauflage mit Joshua Putze geben? Ich hoffe es sehr, ich hoffe es sehr. Ich wollte dieses Jahr eigentlich auch mitspielen. Hat nicht geklappt, da Putze halt nicht frei bekommen hat in Cottbus. Aber ich denke, vielleicht nächste Saison sollte es klappen. Ja, wie fühlt man sich, wenn man so quasi Weltmeister ist? Ja, also in dem Moment war es ein tolles Gefühl gewesen. Aber manchmal, wenn wir hier Fußballtennis spielen, kriegt man natürlich dann den einen oder anderen Spruch gedrückt, wenn man mal hier im Training dann nicht gewinnt von den Spielern. Aber ja, damit kann ich umgehen. Aber es ist ein tolles Gefühl. Was macht denn einen guten Fußballtennisspieler aus? Ja, auf alle Fälle ist Technik ganz wichtig. Dadurch, dass du halt die Bälle annehmen musst, wie sie halt kommen und alles. Bei mir und Putze war es sehr gut, dass wir halt ich als Linksfuß, er als Rechtsfuß halt beide Seiten zumachen konnten und halt unsere Angriffsschläge dann halt auch von beiden Seiten spielen konnten. Aber halt brauchst du halt auch ein bisschen Spielverständnis für das Spiel, weil es halt was anderes als normales Fußball. Und deswegen, wo du dich positionierst, wenn der Gegner den Ball hat und so weiter. Und ja, ein bisschen Kopf muss schon dabei sein. Ja, ich gehe mal davon aus, den braucht man natürlich auch beim Spiel. Heißt, wenn du hier auf der linken Außenbahn unterwegs bist, ja, da bist du ja sehr offensiv dabei und spielst die Bälle meist rein zu Beckos. Wie erlebst du das Zusammenspiel mit den anderen Offensivkräften? Und wenn man sieht, Joey Breitfeld ist derjenige, der dir am liebsten nie voll angeht? Ja, also wie gesagt, das ist was anderes als in Fürstenwalde. In Fürstenwalde war ich eigentlich eher der, der am Ende dann den Ball bekommen hat, um das Tor dann zu schießen. Aber wie gesagt, ich fühle mich auch hier wohl, wenn ich die Bälle zu Beckos reinflanke. Ich flanke, glaube ich, viel, viel mehr als die Jahre zuvor. Aber ich fühle mich halt wohl. Hier ist eine super Mannschaft, super Mitspieler und hat natürlich auch was, wenn du viele Mitspieler um dich herum hast, die eine gewisse Qualität haben, macht es natürlich für dich dann auch einfacher. Wie man dann halt gegen Auerbach gesehen hat, wenn Joey die Bälle da rein spielt, dann kann man sie halt dann auch mal leichter verwerten, als wenn man noch drei, vier Spiele ausnehmen muss, bevor man es aufs Tor schießen kann. Ja, wenn man mal sich das Umfeld ansieht, Sportforum, sehr ähnlich der Arena in Fürstenwalde. Für dich eine Umstellung? Ja, auf alle Fälle eine Umstellung. Es fängt ja schon bei den Fans an. Da sind viel, viel, viel mehr als in Fürstenwalde, die auch viel mehr Stimmung machen. Was natürlich jetzt nichts gegen Fürstenwalde ist. Ich habe da sehr gerne gespielt. Das weiß, glaube jeder, dass ich da meine beste Zeit hatte. Aber ja, das Feld ist viel größer. Die Aschenbahn außenrum macht das alles ein bisschen größer und das ist natürlich dann nochmal was anderes als in so einem kleinen, engeren Stadion als in Fürstenwalde. Aber wie gesagt, die Atmosphäre, die pusht halt einen bei jedem Spiel an und man sieht ja natürlich auch, wie wir kämpfen. Und es kommt dann halt hauptsächlich davon, dass die Fans so viel Stimmung machen. Nimmt man das eigentlich wirklich als Spieler wahr? Also die Stimmung von außen und auch die Atmosphäre, die man spürt, wenn hier Flutlicht an ist? Also ich kann da persönlich nur für mich reden. Ich nehme sehr vieles wahr, was außenrum von mir passiert. Egal wie laut es ist, auch meistens der Trainer draußen, wenn er irgendwas sagt oder so. Also ich kriege das schon alles mit. Deswegen, also ja, für manche Spieler ist es halt wahrscheinlich nicht so. Aber ich bin einer, der halt sehr vieles mitbekommt, wenn Fans draußen reden, Trainer redet oder so weiter. Ja, soweit erstmal vielen Dank, Daryl Gertz. Jetzt kommen wir zum Thema Alufolie. Was es damit auf sich zu tun hat und vor allen Dingen, was das indirekt mit dem BFC zu tun hat, erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe des Programmheftes Weinrot-Weiße Leidenschaft. Bis dahin, wir sehen uns hier im Stadion gegen den FSV Union Fürstenwalde. Bis dahin und zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Bis dahin, wir sehen uns hier im Stadion. Und so weiter. Ja,cilgen! Vielen Dank.